Mein Beruf ist Journalist. Ich heiße Erika Pohl und komme aus der Schweiz, aus der Stadt Zürich. Ich bin am 25. September 1979 in Praden geboren. Dort leben heute meine Eltern. Ich habe eine Universität absolviert. Ich habe eine Familie. Mein Mann ist Arzt. Meine Tochter ist noch klein, sie besucht einen Kindergarten. Mein Beruf gefällt mir. Ich bin Journalistin in einer Nachrichtenagentur. Ich habe immer geträumt, Journalistin zu werden. Ich habe Möglichkeit viel zu reisen, verschiedene Menschen, andere Länder und ihre Sitten und Bräuche kennen zu lernen. Es ist immer spannend, in ein fremdes Land zu kommen. Journalist bildet die Meinung der Menschen, deshalb muss er objektiv sein. Ich beschreibe in meinen Berichten und Artikeln ausführlich und interessant das Leben, die Ereignisse und verschiedene Sehenswürdigkeiten des Landes. Besonders gerne interviewe ich bekannte und populäre Persönlichkeiten. Meine Arbeit erfordert tiefe Kenntnisse, vor allem Menschenkenntnis. Ich brauche eine gute Beobachtungsgabe. Ich muss selbst viel Wissen und Fremdsprachen lernen. Ich kann schon Spanisch und Türkisch gut, ein bisschen Japanisch und Griechisch. Natürlich muss jeder Journalist mutig und entscheidend sein, um die Wahrheit zu sagen. Ich möchte es in meinem Beruf weit bringen. Ich hoffe, meine Beharrlichkeit und Arbeitsfähigkeit helfen mir, mein Ziel zu erreichen. Ich kann einen Unterschangскionen ver胡stisch geben. IaaS Reading Einuniversити Einen Kindergarten besuchen Wir lieben Нравится Nachrichtenagentur Информационное аgenство Трäumen Мечтать Kennenzulernen Знакомиться Die Meinung bilden Формировать мнение Beobachtungsgabe Наблюдательность Die Wahrheit sagen Говорить правду Esweit bringen Преуспеть в каком-либо деле Составьте вопросы, на которые подчеркнутые слова будут ответами Эрика Поэ kommt aus der Schweizerisch Woher kommt Эрика? Эрика Поэль родом из Швейцарии Откуда родом Эрика? Entraden leben ihre Eltern Wo leben ihre Eltern? Ее родители живут в Прадене Где живут ее родители? Ihr Mann ist Arzt Was ist ihr Mann? Ее муж Врач Кто ее муж? Ihre Tochter ist noch klein Wer ist noch klein? Ее дочь еще маленькая Кто еще маленький? Der Beruf gefällt Эрике Wem gefällt der Beruf? Эрике нравится ее работa Кому нравится работa? Sie beschreibt in ihren berichten sehenswürdigkeiten des Landes Was beschreibt Эрика? В своих отчетах она описывает интересные места в стране Что описывает Эрика? Natürlich muss jeder journalist mutig und entscheidend sein Wie muss jeder journalist sein? Конечно Каждый журналист должен быть смелым и решительным Каким должен быть каждый журналист? Обозначение времени в немецком языке На вопрос Wie spät ist es? Который час? Мы отвечаем Es ist На вопрос Um wie viel Uhr? В котором часу? Мы отвечаем Um Uhr Vor A времени Обозначает До Перед Nach После Viertel Четверть Halb Половина Punkt 2 Uhr 2 часа 5 минут Nach 2 5 минут 3 Viertel nach 2 3 Четверть Четверть 5 минут 5 минут Nach 25 минут 3 Halb 3 Половина Половина Третьего Wenn stehst du morgen Morgen auf Was Kолько Вы Встаёте завтра? Ich stehe Um 7 30 Auf Я Встаю В 7 30 Warum so früh? Du stehst immer um 8 Uhr morgens auf. Ich habe eine Pressekonferenz um 9 und ein Viertel und um 8.25 Uhr kommt Taxi. Ach so, dann gehe ich schlafen. Es ist 22.56 Uhr. Gute Nacht. Ich gehe um 23.45 Uhr schlafen. Ich schreibe noch meinen Artikel. Spokojnei Notte. Ich lasse spate um 23.45 Uhr. Ich schreibe noch meine Artikel. Gute Nacht. Spokojnei Notte. Es ist die Niemeskische Alphabit. Es ist die Niemeskische Alphabit. Es sind die Niemeskische Alphabit. 26 Par. 20 согласных. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Z. 6 гласных. A, E, I, O, U, Y. Если нужно произнести слово по буквам, немцы используют следующие слова. A, Anton. E, Erger. B, Werther. C, Cäsar. C, H, Galote. D, Dore. E, Emil. F, Friedrich. G, Gustav. H, Heinrich. I, Ida. J, Julius. K, Kaufmann. L, Ludwig. M, Marse. N, Nordpol. O, Otto. Ö, Ökonom. P, Paula. Q, Quelle. R, Richard. S, Samuel. SCH, Schule. SZ. T, Theodor. U, Ulrich. U, Übermut. V, Victor. W, Wilhelm. X, Xanthippe. Y, Y. Z, Zekereyes. Für die Arbeit braucht jeder Journalist ein Notizbuch. Każdemu Journalistu нужен Blocknot для работы. Mit dem Bleistift kann man etwas zeichnen, aufschreiben oder malen. Journalist schreibt eine interessante Nachricht. Journalist пишet интересную новость. In seinem Interview stellt Journalist den berühmten Persönlichkeiten verschiedene Fragen. In seinem Interview Journalist задает известным личностям различные вопросы. In seinem Interview Journalist den berühmten Persönlichkeiten. 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 Untertitelung des ZDF, 2020